Schönen guten Tag, willkommen bei GWS-TV. Mein Name ist Manfred Stuhldreier. Schön, dass Sie heute auch wieder dabei sind. Mein heutiges Thema ist Formatierungsmöglichkeiten von Verkaufshinweisen. Sie haben die Möglichkeit, bei der Eingabe eines Artikels Texte anzeigen zu lassen, die Ihnen eine Hilfestellung geben, die bei der Eingabe dieses Artikels zu beachten sind. Wie dieses geschieht und welche Formatierungsmöglichkeiten Sie haben, möchte ich Ihnen jetzt einmal präsentieren. Ich befinde mich im Rollencenter und möchte erst einmal einen auf Neuer Verkaufsauftrag, lege einen neuen Auftrag an, suche einen Kunden, nehme diesmal Atlas Copco, schaue die Bemerkungen an, nehme diesmal keine Lieferadresse und gehe einfach aus der Erfassungsfolge ohne Eingabe raus. So, Sie sehen jetzt, ich bin im Formular, klicke unter Nummer und suche einmal den Artikel Tesa. Ich nehme den Tesa Farblos und Sie sehen, ich gebe ihn einfach ein, gebe eine Menge 1 ein. Kein Hinweis, dass ich auf die Lauflänge achten soll, sondern einfach eingeben, Preis kommt, alles gut. So, jetzt möchte ich das einmal kurz verändern. Ich lösche den Auftrag wieder, kehre wieder zurück, gehe vorher in die Artikelliste und suche mir vorher den Tesafilm heraus. Ihr habt das schon einmal vorbereitet. Sie sehen, ich stehe schon auf dem Tesafilm, klicke auf Bearbeiten und bin in der Artikelkarte. Dort habe ich das Register Verkauf geöffnet und im Register Verkauf gibt es den Verkaufshinweiscode. Wenn ich den einmal öffne, sehen Sie schon zwei Beispiele eingegeben. Ich klicke einmal auf Erweitert, sodass ich die gesamte Liste sehe und Sie sehen, ich kann natürlich die Vorbereiteten benutzen. Ich kann aber auch einen neuen Hinweistext einmal eingeben. Ich klicke dazu auf Neu und nenne diesen Hinweistext einmal Tesa. So, Sie können benutzen den Backslash, um zum Beispiel eine Leerzeile zu erzeugen. Ich werde das einmal noch entwickeln und dabei ist eben Erläutern. Also, diese beiden Backslash erzeugen zwei Leerzeilen. Dann könnte ich in irgendeiner Form einen Strich erzeugen, meinetwegen so lang. Dann erzeuge ich wieder einen Zeilenumbruch und schreibe dann den Text. Bitte auf die Lauflänge achten. Lauflänge achten. So, dann erzeuge ich wieder einen Zeilenumbruch und setze darunter noch ein paar Sternchen. Das soll mein Text sein und diesen Text weise ich jetzt einmal zu. So, Sie sehen, ich habe jetzt dort den Verkaufshinweiskode Tesa eingeblendet. So, jetzt schließe ich einmal dieses Fenster und werde Ihnen jetzt einmal zeigen, was jetzt beim Erstellen eines Auftrages passiert. Ich kehre zurück zu meinem Rollencenter, klicke wieder auf Neuer Verkaufsauftrag, suche mir wieder meinen Kunden Atlas Copco heraus. Wieder die gleiche Prozedur. Ich bin in der Erfassungsfolge. Ich gebe dieses Mal nichts ein, klicke unter die Nummer und suche mir meinen Tesafilm. Dort ist er. Ich gebe ihn ein und Sie sehen, sofort, wenn ich den Artikel aufrufe, bekomme ich den Hinweistext und übernehme den Hinweis mit Ja. Und jetzt wird die Eingabe ganz normal zu Ende geführt. Und so kann ich für jeden Artikel, wo ich dies möchte, einen Hinweistext eingeben und ich muss ihn übernehmen. Wenn ich diesen mit Nein übernommen hätte, wäre der Artikel nicht eingefügt worden. Damit möchte ich das Thema beenden. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für Sie. Falls Sie Fragen oder weitere Themenwünsche für Videos haben, schreiben Sie uns bitte eine Mail an gws-tv at gws.ms. Zur Sicherheit wird die Mailadresse auch nochmal eingeblendet. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine erfolgreiche Arbeit mit Devis und hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.